Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten. Seine Verdienste sind legendär. Was er ihnen beibringen wird, könnte sehr wohl den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Ihr Ruf eilt ihn voraus. Ich muss zugeben, Ihre Einladung hat mich überrascht. Man nennt es Befehl, Maverick. Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Käpt'n. Wir trainieren heute den Luftkampf. Zwei gegen einen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich bin ein Scherz. Ich bin ein Scherz. Let's go! Take! Take!